Oh, Autsch! Das brennt schnell in den Schatten! Aber, naja, wir wollen es uns ja leichter machen, also unseren Zukunfts-Ich, wir wollen ja unseren Zukunfts-Ich auch, das weiß ich mal was Gutes tun hier. Und ich find's auch wahnsinnig, né, Wayman 2 und Wayman 3 sind ja eigentlich relativ gut gealtert dafür, dass sie halt so alt sind, weil die so einen bestimmten Stil haben. Natürlich tut's auch so ein bisschen zugute, dass ich das Spiel im HVK hab und die HD-Texturen von der PS3-Version drin hab, aber ja, so hat sich das nicht so gut, ne? Müsste man gucken, wie das eigentlich original aussieht, ne? Also wenn du die unmodifizierte PC-Version nimmst, bestimmt katastrophal. Aber das Globox ist hier runtergesprungen, kann ich gar nicht glauben. Auf wen schießen die da? Achso, okay, auf uns und wir stehen dann da einfach. Okay, alles klar. Geht mir eine Flasche, bitte! Was soll er denn geben, ne Flasche? Achso, hier, ist ja wieder zufälligerweise eine Flasche. Ja, aber da war nur ab und ich muss natürlich die Startform nehmen. Du kannst auch normalerweise nicht fliegen. Ja, eigentlich musst du ja im richtigen Moment springen, aber die geben dir ja zu Glück ein bisschen, äh, Stauraum so ungefähr, ne? Also, dass du halt leicht verkacken darfst. Dreh mal durch, weil ich die Kamera immer in die andere Richtung drehen will, aber die ist ja spiegelverkehrt. Okay, muss ich einfach nur nach oben? Fight einfach mal nach oben? Äh, nö, ich muss doch, achso. Ah, dazwischendrin ist noch eine gelbe. Noch eine gelbe Dose, oder was auch immer das sind. Ich sag mal Dosen dazu. Ja, die gelben Dinger sind immer nur ultra kurz. Ich glaube hier, in dem Spiel gab es glaube ich auch kein extra Level, wo tatsächlich nur Dings waren. Wo man die ganze Zeit fliegen konnte. Ich glaube, das gab es ja nicht. Hä, wer schießt eigentlich die ganze Zeit? Wer schießt hier, wer schießt hier? Du, was du das? Ja, eigentlich genau, ich muss die Schweine weg machen und dann muss ich reinlaufen, weil da bin ich ein Kombi kam. Ja, und da, ne? Na rummacher. Oh, Punkte, Punkte, ja Punkte. Äh, ah, okay. Ich muss da hin und komm ich da hin? Befunde ich aus. Ja, wie wohl. Guck mal, Globox wartet sogar hinten schon auf mich. So, reicht das schon? Bestimmt. Und das natürlich wie die blaue Dose. Die brauchen wir wieder, um damit weiter zu kommen. Deswegen sag ich ja, das ist ja extremst heftig in diesem Spiel, ne? Dass das die ganze Zeit so zurechtgelegt haben mit diesen Dosen. Dose hier holen, um weiterzukommen. Dose hier holen, um weiterzukommen. Das kann man ja echt sagen, so leider das einzige Negative an diesem Spiel, ne? Dass du halt eben merkst, wie das konzeptmäßig hier durchgekaut worden ist. So, wo muss ich denn hin? Da hin oder da hin? Wie gehen wir hier hin? Im schlimmsten Fall müssen wir ja wieder nach ganz hinten gehen, ne? Nur für ein paar Münzen. Können sogar hier hin gehen. Okay. Ich bin direkt bei Globox? Steht Globus da nicht? Hallo? Ach, Globox war noch auf Warten sollte. Toll, hier brauchst du wieder eine raute Dose. Und wo gibt's die? Keine Ahnung. Oh, ich habe ja die blaue noch. Sogar noch. Aber nicht mehr lange. Und bringt's glaube ich auch nicht, weil ich komme mir glaube ich nicht ran, ne? Ah, wer schön wie die Kamera bewegen kann, aber die bewegt sich echt, zieht mich scheiße. Joa, hier sind wir wieder hier. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Alles nur, um ein paar Digger mitzunehmen. Ein paar Kristall, um mehr Punkte zu kriegen. Eine gelben Dose, eine blaue Dose. Und in einer blauen Dose brauchen wir dann eine rote Dose, um dann das andere Tor aufzumachen. Ja. Siehste, da ist sie, die rote Dose. Toll, den ich mir gleich, äh, das ersparen könnte und wir wahrscheinlich gleich sofort runter gehen können. So eine Kacke. Nee. Ach nee, das ist auch wieder. Das ist nicht mal eine rote Dose, das ist diese, genau, orange Dose. So, damit mache ich jetzt den Weg frei und dann kriege ich aber die rote Dose. Siehste, er wird die rote Dose spawnen. Ich habe mal geguckt, ob hier noch irgendwas ist, aber das ist nix. Ah, okay, da komme ich ja gar nicht so... Doch, ich hätte rüberspringen können. Egal, 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 egal. Helikoptern wir erstmal wieder hier hin. Damit wir nochmal nach oben gehen, 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 gehen dürfen. Ja, und damit hat er schon gespoilert, wie es weitergeht, ne? Weil er uns ja schon den Tipp gegeben hat. Nö, darfst du nicht ran und bist schon tot. Was ein Zufall und schon kommen die Gegner. Nur fliehen, ich muss nur fliehen, nur abhauen. Ich glaube tatsächlich, es ist jetzt auch die ganze Zeit ein Katsum-Ausspiel. Du musst die ganze Zeit vor dem Weg rennen und diese Gongs bestätigen. Dann geht es immer weiter, immer weiter. Genau, die labern die ganze Zeit diesen Scheiß. Lass den rennen. Lass den rennen. Diese Kamera, wenn man auch mitmachen würde. Okay, da brauche ich die blaue Tube. Äh, wo gibt's die? Ist das da unten, die blaue Tube? Die rote Tube, ist das okay? Ah, ne, nicht mal die rote Tube, es ist die... Okay, der geht zum Bong und dann... Hm, weil der kann's ja nicht hin. Ja, da ist zu. Und ich brauche das blaue Ding. Der renntet zum Dong und dann, äh, komme ich nach da rein. Da komme ich hier dann weiter und steht er dann im Weg. Nee, komme ich hier. Hä? Äh, ich bin nicht gerade doof. Da muss ich doch noch irgendwas an der Schlag. Nee, nie, 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 nie. Aber das tut ihn ja nicht. Nein, es war irgendwas mit dem Scheiß-Bong. Ah, ich sehe schon hier. Der Typ steht im Weg. Der geht erst weg. Hubula. Der geht erst weg, wenn du Dong-Bong-Bong-Ding-Bong. Den Dong schlägst. Wo ist denn der Scheiß-Bong? Da, Gong, da. So, jetzt schlage ich wieder den Gong. Geht sich wieder die Animation, dass er wieder da steht. Dann habe ich jetzt einen ganz kurzen Moment, eben da oben hinzugehen. Aber da muss ich ja extra dann von hier aus da hin, oder? Da auch da oben war der, okay? Gib dir mir jetzt die Blaue, oder was? Ja, der gibt mir die Blaue. Wie schön, dass er mir ein paar Millimeter Platz lässt. Ah, okay. So, dann nochmal den Gong schlagen. Den Gong, schlag den Gong. Scheiße, Scheiße. Der Scheiß-Gong, ey. Ich meine Anrichtung, so, dass der Gong. Und nochmal so Animationen abspielen. Ja, ja, wir wollten das, vielleicht wäre ich schon, der es 20 weiter da gemacht hat. Nein. Das andere Typ, die und rumläuft, oder? Scheiße. Ja, gar nicht viel. Ach, fuck, ich habe vergessen, das Ding mitzunehmen. Ah, ich könnte durchdrehen, ey. Jetzt habe ich nochmal. Mann, verpiss dich doch. So, ich muss mich das andere Ding ja nehmen. Hier, also die andere Leiter, damit ich auch die andere Dose mitnehme. Sonst komme ich da ja nicht weiter. Ah, das ist ja eine Kacke. Fuck. Ah, komm, ich schnapp ihn dir. Bestimmt ist das in der Zeit. Oh, jetzt war die Kamera wieder eine Kacke. Mann. Oh, er kommt doch schon wieder. Ich sehe ihn schon, na toll. Ah, fuck it. Mann, ey. Scheiß-Fick-Kamera-Bumms-Kack-Drecks-Miss-Fuck-Kamera. Wiesenweise weiß ich jetzt, wo das Ding hier ist, ey. Zu hell ist. Jetzt muss ich nur noch treffen. Ah, was auch immer diese Manition abspielen muss, das interessiert mich doch nicht. Äh. Das ist bestimmt wieder das falsche... Nee, das war richtig der Ding. So, es gibt Gas. Nein, Kamera. Du auch. So, schneller. Endlich. Fuck you. Da ist es schon wieder zu tief. Ah ja, wovor waren die noch weitergewiesen? Glaube nutzt zum Abstellen, ne? Stimmt, die musstest du abwerfen, weil die im Weg fahren und dich gestört haben. Und du musst immer das Ding hochwerfen und schießen. Du hast den abgestellt. Okay, du hast den tatsächlich abgestellt, okay. Hm, schön, dass ich das Ding hier noch habe, weil es bringt mir irgendwie nichts. Ist ja auch erstmal Training, ne? Weil das kommt natürlich jetzt natürlich noch ein paar Mal öfter. Okay, wir haben wieder den Abschießer. Wem muss ich diesmal abschießen? Die Tonnen, hallo? Oh, bestät. Ah, ne, den Gong schlagen. Der ganz hinten ist. Reicht auch mal gerade so von der Reichweite, ne? Hoffentlich ist der Typisch schon weg. Nö, 200 Ding, wo war das? Ich war das. Nein, noch mehr Eier. Sobald ich das Ei aufnehme und ein bisschen laufe, komm schon. Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Drei, da kommt. Bestimmt, ich glaube, die wollen sich das Ei auch holen. Also das heißt, die holen sich das irgendwann automatisch, auch wenn es nur das liegen lässt. Und dann aber wie die Musik umschlägt. Kommt der, ihr kommt da von der anderen Seite. So, holt ihr jetzt mich nur das Ei. Kommt, da kommt er zu, sich zu bewegen. Ja, ne? Der trägt auch so ein Ei. Kann man sich mal ein anderes draufschmeißen? Nimmst du einfach die ganzen Sandteile? Der hier rumsteht. Worum liegt der gesagt, reicht das nicht? 31 Prozent, da denkt man auch so. Da muss ich ja jede Menge verpasst haben. Kommt, rette mich. Kannst du nicht einmal für dich selbst jagen, Globox? So, äh, okay, wir laufen wieder diese Typen rum. Natürlich. Wir müssen jetzt irgendwie nach oben kommen. Aber ich darf so wieder Dosen, oder was muss ich dafür machen? Hm, ich sehe schon, dass da oben eine blaue Dose ist. Äh, wo ist denn der Anfang hier? Das ist so, der Anfang ist einfach nur noch da oben zu laufen. Na, sehen wir schon da hinten. Das ist wieder so eine Plattform, die wir mit der grünen Dose nach unten befördern können. Äh, komm ich da hin, wenn ich einfach rüberspringen? Äh, öh, öh, öh. Da muss ich hier einen raufgehen lassen. Hier sind so zwei, äh, Punkte drauf, ne? Ich, ich, ich hole mal einfach rein. Hallo, hier, hier bin ich, komm mich holen. Ja, los. Wie schön, dass ihr so langsam geht, langsam als ich. Ja, los, komm, komm hinterher. Geh auf die Plattform. Sehr gut, hier ist die Plattform anders. Okay, bleibt das so, oder muss ich das gleich wieder resetten? Ich hab keine Ahnung. Ihr brunzelt lieber nicht ausprobieren, also rennen, Räumen, rennen. Auch, dass die Kamera mitmacht. Boah, ich wollte gerade sagen, okay, die gehen zurück. Äh, haben mir gerade so eben Zeit gegeben, oder gehen die einfach nur die ganze Zeit hinterher? Fuck you, hinterher, man. Okay, ich glaube, die geht tatsächlich nur hin und her. Glaube ich, ich lasse die jetzt einfach nochmal rauflatschen, aber, ne, okay, tatsächlich. Geht nicht nochmal runter, die ist permanent, die Plattform. Okay, 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 dafür darf ich mich jetzt nochmal verprühen lassen. Ich bin schwer, hier gibt es so eine Schnellrenntaste, ne? Aber ich glaube, hier gibt es keine, hier gibt es nur die Ausweichen. Und das ist nichts schneller. Wenn es eine schnellere Möglichkeit gibt, dann muss man immer in Speedrunner zugucken, weil die kennen das Spiel ja immer aus- und ausfällig. In- und ausfällig. Ich wüsste gar nicht. Wie lange würden die Juge verbrauchen wir das Spiel, um es durchzuspielen? Also, wenn du wirklich alles kennst, jeden Kniff, jede Ecke und so weiter. Scheiße. Heiße. Heiße. Ah, jetzt bin ich wieder ganz un... Gott, das erinnert mich ja schon fast zu einer irgendwelchen Uralten in ES-Spiele. Rudo, wenn du, oh, du bist runtergefallen, ja, eins musst du die ganzen Weg und du hochlaufen bist, gooo, ey, und du runtergefallen bist komplett wieder hochlaufen. Du hängst dich schon wieder, wie ich ein klein wieder gemacht hab. Oder ich will, ich nicht mal Fehler gemacht hab. Na, na, Spiel, das Problem ist, das Spiel ist das Problem. Deswegen mal kurz Konzentration hier. Ich wollte sagen, habe ich wie es einen Schatten, ja, einen kleinen Schatten. Kann man sich wenigstens ein bisschen darin orientieren. Äh, Plattformen, die nach oben gehen, ach so. Eine von diesen Plattformen, die runter geht, sobald du... ...dich drauf stellst. So, der Klassiker, ne, wenn ich jetzt immer irgendwo hier verkacken würde, müsste ich komplett von Anfang... ...sobald ich ein Kombo bekommen will. Hilfe! Hilfe! So, und wie wir wenden, dass dem jetzt eine andere Dose gibt? Ich muss los, meine Unterarme waschen! Ja, diese gelbe. Wir werden schon Hilfe, ne? Wahrscheinlich ist hier noch irgendwo einer, ja, ja, definitiv. Hilfe, tschüss, ich muss los! 0,7 Prozent. Oh, ja, okay, hier ist wahrscheinlich viel mehr und ich gehe einfach nur straight zum Ziel. Und das ist princessk graffiti. Schnell,서도? Vielen Dank.